Herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Wir wollten in dieser Folge nochmal versuchen gegen den Nazgul Reiter, gegen den Dunkelkavalleristen anzukommen. Und ja, mal gucken wie es diesmal funktionieren wird. Wir machen dasselbe wie mit dem Goldenen. Nur, dass wir diesmal keine Wölfe haben. Oh, ein Schädel. Äh, ja. 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 Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn vielleicht in den Wald hier reinlocke und irgendwie festhaken. Also nicht festhaken, sondern feststecken, sondern feststecken, also, ne, dass er sich da verfängt. Pass auf mich. Danke schön, Bolzen. Mann. Au. Mann, was ist das? Ich bin fast abgestürzt, ne? Oh. Oh. Mann. 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 Das klappt nicht so gut. Mann. 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 das läuft wirklich gar nicht zu wo noch eine schädel wow Wow. Yeah. Dankeschön. Hey. Sag mal. Hilf Kamera. Alter, bist du schrecklich. Ich hab doch ne... Ne? Oh. Machst du mal die Art Katacke? Ne. Mann. Ich glaub, das ist viel zu flink. Na gut, der hat auch ne längere Waffe. Oh, Clayt, das war gar nicht ehrlich. Was kann ich raus? Was ist denn eh? Wow. Mann. Etwas zur Hölle. Ey, du. Alter, die Tiere. Alter, Kamera. Nein. Gut, okay. Dann eben halt nochmal. So. So. Was hab ich eigentlich da drauf? Ähm. Ähm. Gut. Gut. Ja. the hell. So, ich hätte gerne eine noch längere Waffe. Halt, habe ich überhaupt? Naja, gut, okay. Mann, vielleicht sollte ich es mal mit Schild verbuchen. Mann, mach doch hin, ey. Das sind ganz leichte Erzögerungen. Bring mich noch rum. Och, du willst mich doch weg, wie du willst. Lass mich heilen. Ich habe doch gerollt. Okay, ich versuche es mal mit Schwert und Schild. Ich versuche es mal mit Schwert und Schild. Meine Waffe ist nicht gut genug dafür. Ja. Dann lege ich hier die Kriegsasche wieder raus. Ich werde das nochmal da. So. Gut. Das, 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 äh, hier. Ah ja, Zeit vertreiben. Boah. Oh. Allez, hop. Könnt ihr mir bitte aus dem Weg gehen? Ihr Vögel. Ja, selber schuld. Herrba, die haben ja alles dabei. Ja. 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 Das war knapp. Ja. Gut. Ach ja. Bevor ich gegen ihn... Hallo? Kämpfe? Hol ich mir meine Runen zurück. Runen zurückholen? Alter, ne? Oha. Das scheint nicht viel zu bringen. Oho. 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 Okay, das kann ich nicht blocken. Oho. 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 Okay, das merke ich mir. Oho. Oho. Oh, das hat das Rennblock. Okay. 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 Ich ziehe mich zurück. Ich habe keine Bock zu verwecken. Okay, ich habe langsam den Bogen raus, glaube ich. Ich habe so langsam den Bogen raus. Hm. Und wichtig, Pöbel erst mal wegmachen. Oder zumindest hier auf der Seite kämpfen. Du kleiner Schmarotzer. Oh. Was mache ich denn? Also. Hm. Hm. Oh mein Gott. Oh, Furtsoldatenkappel. Ach, das Ding. Kennen schon. Äh, Heilung. Dankeschön. Hey du, komm her. Ja du. Ohoho. Oho. So. Ohoho. 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 Ohohoho. Ohohoh. Ohoho. Okay, das war Fies. Okay, das war. Okay, das war. Okay, das war vielleicht nicht nötig. Okay. Nein, das war blöd. Okay, das war schlecht. Passt, 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 passt. Aber das war schon mal nicht schlecht. Das war schon mal nicht schlecht. Das war sogar schon ganz gut, würde ich sagen. Ich werde besser. Ich sollte aber vielleicht die Runen verbrauchen. Ich meine, ich habe 11.000. Das ist fast schon riskant, mit voller Tasche rumzulaufen oder zu kämpfen. Oh, hallo. Eigentlich wollte ich springen, aber du gehst auf. So. Äh, Stufen aufstehen. Ja, bitte. Älter. Jawoll. So. 20 Glaube. Als Nächsten sollte ich weiter auf Kondition gehen. Ja, oder. Ja, oder. Ja, obwohl ihr doch Konditionen. 14 Konditionen. Oder Stärke. Ach, mal gucken. Ähm. Was habe ich für Schilde eigentlich? Gibt es einen Schild, der weniger Aus... Habe ich nicht. Gibt es einen Schild, der weniger Ausdauer verbraucht? Beim Blocken. Ah, wer weiß. Halt. Ganz wichtig. Auf die Dunkelheit warten. Äh. Jo. Warum? Egal. Oh. 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 Ein Stückchen Brune. Ah. So. Es geht doch nichts über Wasser. Mein Beileid geht an alle, die kein Wasser haben. Dann rein. Das geht doch mal. goverinnen. Oh. Oh. ihnwot. Ach, er hat da sehrוט reirse. ey komm warum warum einfach bloß warum du kleiner pummel du dankeschön oh fuhrsoldaten stülpen was neues hm hm richtig jünger an für ein bisschen mehr fäscher so wo war der stein der stein war das hier genau fang mich doch du altes doch fang ne 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 oh 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 Okay, das darf ich nicht machen. So, komm her. Ich komme mir vor wie ein kleiner Haas, da von einer Schlange sich irgendwie verteidigen soll. Ah, das war Krisskant. Ich habe die Highcrombie. Okay. Lass uns tanzen. Oh. Hm, ob ich so besser in ihn herankomme? Das war nix, leider. Äh. Au. Okay, das war was Neues. Hm. Schon wieder. Oh. 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 Hmm. Jetzt ist das gut. Jetzt ist das tot. Ja, wie cool. Gegnern zur Fall gebracht. 2400 plus. Kriegsasche Stoßhage. Oh. Ja, und so bekämpft man Kavalerie, die stärker ist als du. Äh, wo war das? Halt, hier war das doch. Genau, nein. Das waren die Geister. Hier. Hier. Kriegsasche Stoßhage. Zur Verwendung mit durchbohrenden Waffen, außer mit gigantischen Waffen. Hm. Na, mal gucken, wie das funktioniert. Äh, ja. Nice. Das wollte ich nicht. Weniger Ausdauerverbrauch wäre noch gut. Hm. Okay, wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? Wie lange geht die Folge? Die Folge geht. Einen Moment. Die Folge geht. Na. Ah, eine halbe Stunde. Geht noch. So. Äh, hier. Geht das auch hier mit? Jawohl. Hm. Was macht Duell nochmal? Ah, ja. Nein. Das war Duell. Okay. Und was macht... Dingsbums? Aber kann ich mit dem Bogen? Nein. Okay. Äh. Stoßhage. Ne, ich bleib dabei. Standard. Jetzt bin ich gespannt. Was macht Stoßhage? Hm. Okay. 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 Das ist nicht so ein Vertrieb gegen Zügel. Hm. Gottrich Soldatenhelm. Das ist wirklich nicht so effektiv gegen Schilde. Ich mach das auf eine große Waffe. Mal gucken. Äh. Kriegsarschung. Genau. Äh. Entfernen. Dankeschön. 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 Hierhin. Jawohl. Na ja. Ausrüsten. Äh. Jawohl. Das ist doch vor allem billig, ne? Jawohl. Macht auch mehr Schaden gleich. Okay. Ja, es kommt halt wirklich auf die Waffe an. Aber das braucht Zeit, um bereit zu sein. Okay. Das geht. Oh. Oh Gott, drückt Soldatenfeinschutz. Oh. Ha. Ein Beinschutz der Soldaten, die Gott trägt im Verpflanzenden. Okay. Die Treue halten. Von Rost und Flecken auf unzähligen Kämpfen gezeichnet. Na, mal gucken, wie das... Ich dachte schon, das ist mein Bein. Wie das aussieht. Okay. 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 Blählelele. Oh. Oh. You walk, that shit. Nice. Bläh. Ich will mal schauen, kann ich das und endlich verwenden. Im Prinzip schon. Okay. Hey, du. As ob der immer sagen will, I hate you. No, 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 no. Auf euch habe ich gerade keinen Bock. Aber gut, das ist das Ding. So, dann... Äh, mache ich die Kriegsasche da raus und verwende wieder meine Schwerter. Ist aber voll cool. Genau. Äh, mittlere Last, jawohl. Und wir reisen nach... da lang. Da lang. Nicht richtig... Genau. Nein. Ach, die Leute. 7000, ich habe wieder genug für ein Level ab. Moment, das mache ich mal. So. Hallo. Äh, Stufenaufstieg. Was nehme ich? mit Konditionen. Genau. Was sind das da für Straßenlaternen? Das sind Gegner? Die haben Augen. Aber die machen nichts. Wohin schauen die? Das sind Raupen. Steinraupen. Steinraupen. Mhm. Siegel, Gefängnis des Bluthundes. Okay. 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 Da, Strand. Ich habe den Strand vergessen. Stimmt ja. Okay. Wo sind die Böse? Oh, scheinbar nicht. Okay. Äh. Aha. Es gibt hier sonst nichts außer Natur. Okay. Und Vögel. Und Leidende. Ah. Okay. Da oben ist das noch eine Statue. Da oben ist noch eine Statue. Oder? Warte mal, was ist denn dort? Keine Ahnung. Das schauen wir uns gleich mal an. Was sind die Dinger böse? Warte mal, ich probiere mal den ersten. Okay. Das ist jetzt irgend so ein Magiezeug. Okay. Okay. Beyblade. Beyblade. T, 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 t. Fußball. Das ist ein Fußball. Das ist ein Fußball. Das geht. Okay. Mhm. Kann ich die irgendwie kritischen oder so? Okay. Alle haben ein Ruinenfragment. Interessant. Nein, das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich. Falsche Taste. Hm. Hm. So. Ich drücke eh schon. Äh. Gibt es hier noch was? Hm. Nope. Nope. Hm. Hm. Wow. Was ist das? Achso, da war ein Pilz oder so, glaube ich. Okay. Okay. Oh, so viele Schädel. Nimm. Also. Nein. Dankeschön. Was ist das hier überhaupt? Was ist das hier überhaupt? Ich will nicht da drauf irgendwie. Okay. Ist das gut, was ich hier mache oder bin ich gerade der dümmste auf der Welt? Also im Moment meine ich. Wow. Das war's glaube ich schon. Hm. Da rollen die Bälle. Hm. 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 Da unten ist die Brücke. Ja, ich würde mal sagen. Ich gucke mal, was das da ist. Nein. Ah, falsche Taste schon wieder. Das wollte ich untersuchen. Okay. Was ist denn das für ein Demenz? Oh. Oh. Oh, der macht ja Schaden. Aber Heilige macht ja Schaden. Ouch. Man. Aha. okay das erfolgt er ihm zu akkubat hier Ah, es gibt noch einen Dreh, es gibt noch einen Dreh. Was? Okay, gleich zwei Bosskämpfe in einer Folge. Mal wieder. Ich hätte mich erwischt. Das war gut. Das war noch blöder. Okay. Nein. Nein, das war doch knapp. Das war knapp. Ja komm, einmal mache ich noch. Aber was machen diese Steine? Also diese Augapfelsteine. Gut, die schauen dahin. Vielleicht halten die das Siegel oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Hm. Hm. Nein, okay. Vielleicht eine Dreierfolge. Hier die Krieger sind. Ja, ich bin der doesnker. Ich bin der Kiste. Garam. Das war's für heute. Ich bin der Kiste. Ich bin der Kiste. Ich bin der Kiste. Ha Ih, vier? Okay, das ist sehr ineffektiv, glaube ich. Oh oh. Oh Mann. 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 Das wollte ich nicht, ich wollte springen. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Oh mein, der Himmel ist da fix. Ah, Mann, hat der schon wieder die gleiche Idee. Okay, okay. Ach komm, noch einmal. Oh, okay. Ich könnte mal parieren versuchen. Oh, okay. 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 Das ist irgendwie nicht so gut, wenn man den Schild... Äh... Na. Äh, den Schild hält. Moment. Hä? Hä? Geht doch, wieso? Hä? Ich kann doch einfach das Schiff drücken. Wie hat das nicht funktioniert gerade? Manu. Manu. Manu, Manu, Manu. Ja. Manu, Manu. Sägen. Manu, manu. 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 All das. Manu. Das klappt nicht so wirklich. Nochmal. So, parieren. Hallihallo, wie geht's denn so? Willkommen zu einer weiteren Folge Parieren trainieren. Heute werden wir uns anschauen, wie wir einen sehr flinkenden Gegner zu tot reparieren werden, indem wir im richtigen Moment die Shift-Taste drücken, während wir blocken. Mhm, genau. What? What? Das ist doch unfair. Nein, wieso klappt das nicht? Was war denn das gerade? Das hat nicht geklappt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Diesmal habe ich es. Was passiert, wenn ich... Nix. Okay. Oh, Mann. Nochmal, komm. Oh, bitte klappt das nicht. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, wenn er diesen Sprungangriff macht, könnte ich ja... Ich habe doch Schiff getrunken. Oh, Mann, das ist voll schwierig. Okay, vielleicht ist er zu schnell einfach nur. Ich habe doch einmal irgendwie hingekriegt. Oh, Mann. 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 Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das war knapp. Oh, oh. Wow. Okay. Oh, oh. Okay. 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 Das war's für heute. Okay, Parieren ist zwar nicht so meins, aber das geht hoch. Bluthundreißzahn. Dankeschön. Oh. Werde ich rausgekickt? Ja, der Gefangene wurde hingerichtet. Okay. Bluthundreißzahn. Ist das wieder eine Waffe, die ich nicht verwenden kann? Jawohl. Krummes Großschwert. Finesse des Bluthundes. Ein Groß-Krummschwert mit geschwungener Klingen der Bluthundritter. Diese furchtbare Waffe ist bei Angriffen aus der Luft absolut tödlich. Okay. Einzigartiges Talent. Finesse des Bluthundes. Äh, des Bluthunds. Schlagt mit dem Bluthundreißzahn aufwärts und nutzt den Schwung für einen Rückwärtssalto, mit dem ihr auf Distanz zu Gegnern geht. Ah, okay. Setz mit einem starken Angriff nach, um mit dem Bluthundsschritt anzugreifen. Mhm. Ach, das Ding Bluthundssch... Ja. 55 sogar. Oha. Okay. Das war's, glaube ich, für diese Folge. Ich würde zurückgehen. Und, ähm, ja. Schluss für diese Folge machen. Ähm, danke fürs Zuschauen. Wir haben einen weiteren Boss gecleared. Er hat uns hier eine wunderbare neue Waffe gegeben, den Bluthundreißzahn. Und, ähm, weiter geht es dann nächste Folge dahin. Moment, war ich da überhaupt schon? Ja, das sind die Säge, glaube ich. Und hier irgendwo waren Hunde. Ähm, wir gehen dann hier hin, schauen uns das nochmal an und dann gehen wir hier runter, okay? Und bis dahin... Woh. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Und möge der Heilige Ring mit euch sein. Bye. Tschüss. 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 Tschüss.